Einige der Materialien und Geräte, mit denen Sie im Rahmen Ihrer Arbeit umgehen, könnten Ihre Gesundheit gefährden, wenn Sie keine Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAUA, fordert den Gebrauch von persönlicher Schutzausrüstung, gemeinhin als PSA bezeichnet, überall dort, wo eine begründete Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass Verletzungen oder Erkrankungen am Arbeitsplatz verhindert werden müssen. PSA dient zum Schutz vor schweren Verletzungen oder Erkrankungen am Arbeitsplatz, die durch den Kontakt mit chemischen, radiologischen, physischen, elektrischen, mechanischen oder anderen Gefahren am Arbeitsplatz entstehen. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass eine Arbeitsplatzbewertung durchgeführt wird, um festzustellen, ob Arbeitnehmer der Gefahr von Hand- und Armverletzungen ausgesetzt sind. Dort, wo Gefahren durch technische Maßnahmen und Arbeitspraktiken nicht vollständig ausgeräumt werden können, müssen Arbeitnehmer mit geeigneter PSA ausgestattet werden. Handschutz ist besonders wichtig bei der Arbeit mit gefährlichen Werkzeugen, Maschinen oder Substanzen, die eine Gefahr für Hände und Arme darstellen könnten. Beim Umgang mit potenziell gefährlichen Materialien wie Elektrowerkzeugen, Maschinen mit beweglichen Teilen und giftigen Substanzen muss auf die richtige Auswahl und den richtigen Gebrauch von PSA besonders geachtet werden. Elektrowerkzeuge und Maschinen müssen über Schutzvorrichtungen verfügen, um zu verhindern, dass die Hände des Bedieners mit der Gefahrstelle, mit dem Antrieb oder mit anderen beweglichen Teilen in Kontakt kommen. Zu den Verletzungen, vor denen sich Arbeitnehmer möglicherweise schützen müssen, gehören Verbrennungen, Prellungen, Abschürfungen, Schnittwunden, Funktionen, Knochenbrüche, Amputationen und Belastungen durch Chemikalien. Wenn die Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz ergibt, dass PSA getragen werden muss, muss eine PSA ausgewählt und gebraucht werden. Diese Anforderungen gelten auch für Vorgesetzte und Führungskräfte sowie für alle Besucher, die sich in Gefahrenbereichen aufhalten. Sie sind dafür verantwortlich, die Anforderungen des PSA-Programms zu befolgen. Dazu gehören das Tragen der erforderlichen PSA und das Absolvieren der erforderlichen Unterweisungen. Sie sind auch dafür verantwortlich, die PSA bei Bedarf zu pflegen und zu reinigen und ihren Vorgesetzten unverzüglich über Schäden oder Mängel an der PSA zu unterrichten. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, auf den Gebrauch von PSA zu verzichten, weil das Anziehen Zeit in Anspruch nimmt oder das Tragen unangenehm ist. Wenn Sie PSA nicht richtig oder überhaupt nicht tragen, kann dies schwerwiegende Folgen für Ihre Sicherheit im Falle eines Unfalls haben. Ein erfolgreiches PSA-Programm erfordert, dass alle Arbeitnehmer, Vorgesetzten und Besucher sich daran halten. Nehmen Sie sich jetzt einen Moment Zeit, um das bisher Gelernte durch die Beantwortung einer Frage praktisch anzuwenden. Die Beantwortung einer Frage Die Beantwortung einer Frage